Hallo, ich bin Adrian Bührmann, 18 Jahre alt, mache eine Ausbildung als Forstwirt bei der Kreis- und Hochschulstadt Meschede. Heute zeige ich euch einen Ausschnitt von meinem Arbeitsalltag. Willkommen hier an meinem Arbeitsplatz im schönen Stadtwald Meschede. Hier erlerne ich in drei Jahren Ausbildung, die Pflanzung, Pflege und die Fällung von Bäumen. Die schulische Ausbildung gliedert sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Der theoretische Teil findet im Berufskolleg in Arnsberg statt. Dort lerne ich Fächer wie Bodenkunde, Waldbau oder Naturschutz. Der praktische Teil meiner Ausbildung findet im Forstlichen Bildungszentrum in Neheimstadt. Dort lerne ich spezielles Wissen wie Werkzeug- und Maschinenkunde. Sollte ich euer Interesse geweckt haben zum Ausbildungsberuf des Forstwirts, so schaut auf der Internetseite www.meschede.de nach.